so glurak ist immer noch an meiner seite und ich würde sagen es ist zeit dass wir hier noch ein bisschen mehr trainieren deswegen würde ich sagen starten wir direkt durch mit glurak mittlerweile Level 13 gar nicht mal so schlecht mein guter vier minuten auf einer zufalls omega stage in dem fall stadt und großstadt auch nicht schlecht so ich habe mir diesmal den roten glurak genommen einfach damit der keine ahnung vielleicht schämt er sich ein bisschen ich weiß es nicht warum er so gut angelaufen ist so mein guter wenn du gegen mich bestehen willst bist du aber noch ein paar Level zu früh ja ich muss zwar ich muss zwar so langsam etwas ernsthafter gegen glurak kämpfen aber wie ein zertrümmerer ist auch nicht ohne ich bin in den Stern gefallen das ist praktisch komm hier das weißt du dass du mich während einem Stern nicht angreifen kannst das weißt du schon okay na gut wow das ging durch das Schild durch das wusste ich wiederum nicht interessant ich wusste nicht dass Kirby's Warp Stand durch den Schild durch geht ach komm glurak streng dich ein bisschen an ich weiß du kannst das besser oder habe ich mir echt so wenig Mühe mit dir gegeben in den letzten im letzten im letzten Part ach hat er mir das Item vor der Nase geklaut ach glurak ich bin so stolz ach sie werden so schnell erwachsen oder findet ihr nicht auch Oh Hey Hey Auf Wiedersehen Hey Dann wird ich weg Das ist Hat man sich allerdings denken können. Ich meine, ich hatte schon ziemlich viel Prozent und ach, dieser Zertrümmerer. Ich vergesse immer wieder, dass man bei dem Zertrümmerer hier scheinbar nicht wirklich gestoppt wird. Ha! Ich glaube, das war auch tatsächlich das erste Mal, dass ich das mit Erfolg gemacht habe. Und der ging daneben. Holla die! Okay, der ging. Aber sowas von daneben. Ich hätte nicht gedacht, dass das nicht reicht. Also ich hätte gedacht, dass das reicht. Sagen wir es besser mal so. Aber ja, ich bin stolz auf meinen Glurak. Er lernt hier schon ordentlich dazu. Das ist eine X-Bombo-Glurak. Die willst du nicht zünden. Oh, doch, die willst du zünden. Bist du wahnsinnig. Warum hat dich das überhaupt nicht interessiert jetzt? Aber ja, ich würde sagen, das haben wir noch geschafft. Das haben wir noch gewonnen. Soweit noch nicht unbedingt das Problem. Ist jetzt allerdings bei Level 16 und man sieht, er kämpft schon besser. Gluraks, Gluraks lernen schnell. Sie sind ein bisschen stur, aber sie lernen eigentlich recht schnell. Und wir kämpfen jetzt auf einer Pilotwink-Stage ohne Omega. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich von Flugzeug zu Flugzeug wechseln. Mal gucken, wie gut Glurak damit klarkommt. Scheinbar nicht so. Das ist mir den Stockwerken dann noch nicht ganz so verstanden. Ich habe ein bisschen das Gefühl, er ist leicht dümmer geworden jetzt mit dem Level. Oder kommt er echt so schlecht mit der Map jetzt klar? Ich werde ein bisschen traurig. Ich finde es aber auch ganz witzig, dass er mich noch nicht einmal getroffen hat und trotzdem jetzt in Führung liegt. Ja, und immerhin, er hat das Item benutzt. Ui, okay. Das war nicht richtig, aber auf der anderen Seite, das hätte mich auch ziemlich überraschen können. Denn ich wusste nicht, dass das auf der anderen Seite wieder hochkommt. Das ist ja cool. So, hast du dich jetzt an die Stage gewöhnt? Ja? Guck mal, ich zeig dir mal, wie man das Item wirklich nutzt. Naja, so immer noch nicht. So, habe ich ihn jetzt in die Bombe reingedrückt? Nee, keine Ahnung, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich werfe dich mal ein bisschen rum, vielleicht merkst du dann, dass das auch funktioniert. Hier, guck mal, das ist Stahl. Ja, ich weiß, du bist kein Stahl-Pokémon. Und ich weiß, normalerweise ist Stahl schwach gegenüber Feuer. Ja, so viel weiß ich aus Pokémon noch. Aber ich sag dir, hier in Smash ist das was anderes. Hier in Smash hilft das tatsächlich. Klurak, oh Klurak, du musst noch so viel lernen. Komm doch. Mit den mehreren Etagen hast du es echt noch nicht raus, oder? Ich fürchte, das ist so ein Thema des Amiibo-Trainings, um das ich mich heute kümmern muss. Mehrere Etagen. Weil mir bringt ein schnelles und starkes Klurak nix. Ähm, okay, das kommt nicht wieder. Mir nutzt ein schnelles und entsprechend starkes Klurak nix, wenn es nicht damit klarkommt, auf mehreren Ebenen zu kämpfen. Okay, ich hätte mich... Da hätte ich mich vielleicht tatsächlich noch retten können. Oh ja, hier, den Pokéball, den hab ich dir schon mal gezeigt, oder? Den weißt du, wie du einsetzen musst. Hattest halt jetzt nur ein bisschen Pech mit Goldini, aber ansonsten gut gemacht. Ich bin stolz, kriegst einen Keks. Aber jetzt lass dich erstmal nochmal K.O. schlagen, damit ich hier auch sicher in Führung gehen kann. Ich sagte, du sollst K.O. gehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob er wirklich viel dazugelernt hat jetzt in der Zeit. Ich meine, immerhin. So zwei Level hat er schon mal dazugewonnen, aber... Ich bin mir noch nicht sicher, ob er das mit den mehreren Ebenen wirklich verstanden hat. Würde ich nicht unbedingt, würde ich nicht unbedingt, würde ich nicht unbedingt. Klurak, das war echt enttäuschend. Guck mal, ich hab mit viel mehr Punkten Abstand gewonnen als das letzte Mal. Und das, obwohl du ein höheres Level hast. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Kleiner. Aber gut, das Einkampf können wir auf jeden Fall noch üben. Und dann nehmen wir doch einfach mal hier die Wrecking Crew. Da gibt es nämlich definitiv... Ein paar Etagen, mit denen er umgehen kann. Na komm, du musst hochkommen. Hurraken. Die Etagen sind nicht dazu gedacht, um abzuhauen, also auch. Die Etagen sind auch dazu gedacht, abzuhauen, aber jetzt nicht hauptsächlich. Na, das mit dem Ausweichen, das hat er drauf. Da habe ich ihm was Gutes beigebracht, glaube ich. Wie gesagt, das mit den Etagen, das will er irgendwie nicht so wirklich lernen, habe ich das Gefühl. Oh, und jetzt ist er in der Tonne gefangen. Das ist natürlich auch unpraktisch. Komm raus! Kann ich dich da überhaupt rausprügeln? Ja, scheinbar schon. Das hat er auch noch nicht gewusst. Ich wüsste jetzt gerne mal, ob er das irgendwann gelernt hätte. Ob er das irgendwann noch festgestellt hätte, dass er da raus muss. So, und das ist ein Lipstick. Der sorgt dafür, dass du eine Blume auf dem Kopf kriegst. Und die Blume auf dem Kopf sorgt dafür, dass du sehr viele Prozente kriegst, so über die Zeit verteilt. Ja, genau, komm auch, komm. Komm. Guck mal, wie hoch du hier kannst. Ganz weit nach oben. Genau, so ist brav. Komm auch, komm auch. Ja, fein. Fein, Herr Blura. Du kriegst ein Pufflé. Nachher, nachher kriegst du ein Pufflé, okay? Wenn wir ja fertig sind. Ach, das ist schön. Hui. Jorak, manchmal muss man auch einfach ein bisschen abwarten. Dann kommen deine Gegner schon auf dich zu. Und dann kannst du ihnen eine Attacke direkt vor den Kopf... Direkt vor den Kopf knallen. Man muss nur richtig das Timing abpassen. Wieder was gelernt, oder? Oh, das war... Dumm von meiner Seite. Wuhu! Oh, mein, mein. Ah! Verdammt. Oh, ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Jorak, du kannst mich angreifen, du kriegst jetzt. Ja, nur so nebenbei. Aber hey, jetzt hast du das auch mal gesehen. Jetzt weißt du... Jetzt weißt du, was du zu tun hast, falls du das nächste Mal in der Kiste gefangen bist. Okay. Wow! Da war ich weg. Na, immerhin, das mit den Etagen hat er, glaube ich, so langsam echt besser verstanden. Uuh! Ja, genau, das ist ein blauer Panzer. Nun, mutz den bitte, mutz den bitte nicht, das ist gemein. Ui! Ich hasse blauer Panzer. Also, vor allem mit Mario Kart hier in Smash habe ich nicht unbedingt eine Meinung dazu, aber mit Mario Kart sind sie nervig. Das war nochmal eine letzte Minute, K.O., das war ein bisschen gemein, gebe ich zu, aber... Der gute Kulura, er muss halt lernen, was soll ich denn machen? Er muss halt, er muss halt irgendwo schon mal ein bisschen lernen, ja? Das versuchen wir jetzt noch einmal. Ja, so langsam auf Level 22. Ja, ich gebe dir nochmal zwei Minuten Zeit, dich auf Pilotwings, wenn ich sie denn finde, Pilotwings, dich auf Pilotwings zu beweisen, ob du was gelernt hast oder nicht. Warum spreche ich mit euch? Ich muss mit ihm sprechen. So, na, wie geht's dem Burak? Besser? Ja, doch, ich glaube, er hat verstanden, wie das mit den Etagen funktioniert. Ja, sieht gut aus. Das ist schon erstaunlich, wie die Amiibos hier lernen. Ich finde das echt eigentlich ziemlich cool. Ich habe ihm noch nicht beigebracht, dass man Leute, wenn man sie gegriffen hat, auch schlagen kann, oder? So bringe ich es ihm auch nicht bei, wenn ich es selbst nicht mache. Da, so. Siehst du, Burak, ich beiße dich. Ich kann dich greifen oder kann ich dich beißen? Das ist entweder, weil ich dich ganz doll lieb habe, oder weil ich dich besiegen will. Das war ein ganz klarer Selbst-K.O. Ich weiß jetzt nicht, wie das gezählt wurde, aber ziemlich cool auf jeden Fall. So, hier. Ich zeige dir das jetzt noch ein-, zweimal und dann... Und du kannst sie vor allem auch... Das habe ich dir jetzt noch nicht gezeigt, Burak, du kannst Leute auch greifen, beißen und dann noch wegwerfen. Erstaunlich, oder? So viel zu lernen, mein Freund. So viel zu lernen. Hui. Da bin ich an irgendwas... Ach, da habe ich mich an irgendwas festgehalten. Beziehungsweise ich bin von irgendwas abgeprallt. Hui, das war dämlich. Das Flugzeug wollte nicht, dass ich zurückkomme, habe ich das Gefühl. Ne, das sollst du nicht nachmachen. Blurak! Blurak! Idiot! Du sollst mir nicht alles nachmachen. Selbstzerstörung ist keine gute Charaktereigenschaft. Oh, das hier könnte... Das hier könnte ich sogar verloren haben. Ne, in Sun Death. Alles klar. Ja, gut. In Sun Death werde ich nicht verlieren. Oder? Vielleicht doch doch. Ne, vielleicht doch nicht. Aber hey, ich glaube, mein Blurak hat wieder ein bisschen was dazugelernt. Diesmal hat er gelernt, wie man auf Etagen kämpft. Das ist durchaus eine wichtige Information. Also vielleicht sollte ich das meinem Yoshi auch noch beibringen. Ich glaube, der weiß das auch nicht. Weißt der das schon? Was ist er jetzt gesagt nicht mehr? Aber gut, lasst uns unseren Amimo noch einmal kurz füttern und dann diesen Part auch beenden. Ich möchte ihn tatsächlich vielleicht noch ein wenig hier auf das Tempo füttern. Sofern ich noch was habe, wo ich ihn füttern kann. Ah, sieht jetzt nicht so gut aus. Das hier verfütter ich ihm noch und dann drücke ich da den Angriff vielleicht, die Verteidigung einfach mal ein bisschen hoch noch. Minimal, wenn es geht. Ich möchte über Tempo 100 bleiben. So, immerhin. Er hat sich ein wenig verbessert. Er hat jetzt minus 4 Angriff, plus 7 Abwehr und plus 101 Tempo. Das schätze ich ist gar nicht mal so übel für einen schnellen Glurak. Ich würde sagen, das Ganze speichern wir auch noch und wir sehen uns dann im nächsten Part. Wieder, wenn wir, denke ich, noch einmal uns um das Glurak-Training kümmern. Vielleicht auch noch öfter. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Auf jeden Fall, Glurakische Action-Bits noch ein wenig öfter geben. Hallo.